So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Es ist ja momentan noch ein Event am Start, wo es eine Spezialforschung gab mit Zarude, was man bekommen konnte, beziehungsweise sein zweites Zarude bekommen kann. Das gab es ja aber nur, wenn man bezahlt, mit Ticket. Ich darf kein Geld ausgeben für den Habanero Lime Account, aber der Borki hat mir dieses Event-Ticket geschenkt. Danke dafür, der Borki ist schuld, dass ich ein Zarude besitzen darf. Hier hinter mir, das kann man mal zeigen, da ist der Jonas, der sucht gerade im Karton irgendwelche Sachen. Die Mama, die macht da irgendwie rum und ich habe gedacht, ich nutze schnell die Zeit, während die hier die Wohnung auf den Kopf stellen, euch mal durch meine Zarude-Forschung zu führen. Jetzt hatte ich die Woche so viel Stress und so wenig Zeit. Ich habe das jetzt nicht alles vor Ort, alles direkt abgefilmt. Ich habe einfach nur kurz immer mal einen Screenshot gemacht und möchte euch zeigen, also die Aufgaben und die Encounter, die ich hatte und die Bewertungen davon. Denn ich sage euch, es ist so viel Zeug, aber das, was nicht jeder hat, das möchte ich euch trotzdem dann zeigen, wenn ich es habe, aber jemand anderes es nicht hat, um zu sehen, was hat man denn verpasst oder hat man überhaupt was verpasst. Danke also nochmal an Borki für die Forschung. Es ging nämlich los. Mich laust der finster Affe, eins von fünf, also fünf Seiten. Schließe fünf Feldforschungsaufgaben ab, fange 25 Pokémon vom Typ Pflanze und entwickle drei Pokémon vom Typ Pflanze. Ist alles jetzt nicht so tragisch, da gab es einen Encounter da drin, 20 Bälle, zwei Bären, Lade-TMs, nochmal zehn Bären, tausend Staub. Habe ich dann gehabt, habe ich abgeholt und der Encounter war ein Samurzel. Es war sogar ein 98er bei mir hier mit 255 WP. Auf der zweiten Seite ging es dann weiter mit Unlicht. Drei Unlichter entwickeln, 20 Unlichter fangen, fünf Kilometer erkunden, gab es auch wieder TMs, Bälle, goldene Bären und eine Pokémon-Begegnung mit Zickzacks. Das war nicht so gut, aber ist ein Unlicht-Pokémon, hat damit reingepasst, okay. Ihr müsst immer denken, das Ding hat zehn Euro gekostet, lohnt sich das? Lohnt sich das nicht mit dem, was da drin ist? Dann kam die nächste Seite, drei von fünf. Drehe 25 Pokestops oder Arenen, verwende ein Power-Up bei fünf Pokémon vom Typ Pflanze, lande einen fabelhaften Wurf. Sage ich immer, macht am besten fabelhafte Würfe bei irgendwelchen Raid-Bossen, bei legendären Raid-Bossen geht das immer sehr gut. Und Power-Ups, nehmt halt immer die WP-Kleinsten, damit ihr Staub spart, damit ihr nicht irgendwie jetzt erstmal drei Jahre sammeln müsst, bis ihr was kriegt. Hier war jetzt auch nochmal Beleber dabei, Rauch dabei, nochmal Hyperbälle dabei, silberne Bären dabei und da habe ich ein Tusker rausbekommen, aber nur mit zwei Sternen. Dann die Seite vier, wir sind wieder bei Unlicht. Verwende Power-Ups bei fünf Unlicht-Pokémon, verwende zehn Bären, Bären beim Fangen von Pokémon und setze fünf sehr effektive Ladattacken ein. Das habe ich wieder gegen die Arena-Leiter gemacht, die man im Kampffeld besiegen kann. Also Team Blau, Team Rot, Team Gelb kann man ja die Team-Maskottchen, die Team-Leiter herausfordern. Ich kämpfe immer gegen den Roten und nehme immer Wasser-Pokémon, da klappt das eigentlich sehr gut. Gut, hier sind jetzt fünf Sonderbonbons drin, hier sind zwei Raid-Pässe drin. Danke Borki für die Raid-Pässe, werde ich vielleicht dann beim globalen Go-Fest in Gera brauchen, auch wenn ich jetzt ja keine Ahnung habe, was da überhaupt in den Raids ist. Ist immer gut, ein paar Raid-Pässe zu haben, wenn man mal zu einem besonderen Ereignis fährt und da mit einer Gruppe zusammen rumläuft, fängt, Shinies sammelt, raidet. Da kommen mir die zwei Pässe gelegen, denn meine Coins, die ich aus den Arenen bekomme, gehen weiterhin für Pokémon Platz und für Item Platz drauf. Hier habe ich auch abgeholt, vier von fünf, da also die Raid-Pässe und hier war ein Zurokex drin. Jetzt die letzte Seite, mich laust der finster Afe, fünf von fünf. Gewinne drei Raids, fange 15 verschiedene Arten von Pokémon und besiege fünf Team-Go-Rocket-Rüpel. Gewinne drei Raids, habe ich gestern zwei Raids gemacht, ein Raid hat noch gefehlt und am Chiyokre, äh, am Groudon-Raid-Day ist der letzte und dritte Raid fertig geworden. Bei mir ist heute Samstag noch, ich sitze kurz jetzt nach dem Groudon-Raid-Day hier, konnte das jetzt ja auch nicht so abfilmen, aber habe jetzt die Seite fertig komplett und möchte die Seite jetzt direkt mit euch abholen. Denn das ist was, das kann ich euch live zeigen, wenn ich hier irgendwie wieder rauskomme. Dazu gehen wir jetzt mal in das Spiel rein, haben gleichzeitig auch diese Sammler-Herausforderung noch fertig und da ist auch ein Pokémon drin, das gehört ja hier noch zum Event, da will ich mal reingucken, was da drin ist. 2.500 Staub, 5.000 AP und hier ist ein Waumball mit einem Blütenkranz, kann man entwickeln. Ist jetzt neues, kostümiertes Pokémon, das Pokémon gibt's, aber dieses Pokémon mit dem Kostüm kannst du jetzt auch als Shiny antreffen, aber ist kein Shiny, aber es gibt schon wieder Showcases mit Pflanzen, das hat drei Sterne, aber ist jetzt nicht so wichtig. Hier sitzt sogar noch ein Wildes, ist auch kein Shiny, lassen wir also sitzen, haben das fertig, gehen rüber und holen die 5 von 5 ab. Holen uns jetzt also dann das Zarude ab, live hier mit Pokédex-Eintrag und allem anderen. Wir haben jetzt hier Bären, wir haben hier Bonbons, wir haben hier nochmal ein Pokémon drin, das ist ein Absol, das, Moment, das wollen wir jetzt hier ab, hier ist großartig geworfen, die IV haben wir dann auch gleich und dann schauen wir uns das Zarude an und ich hab schon bei einem gesehen, ich glaub das war der NetGhost heute, der hatte 14, 14, 14, das ist auf jeden Fall krass, so möchte man das haben. Wir haben zwei Sterne bei Absol, was haben wir bei Zarude? Ich bin gespannt, ich hab damals ewig alle XL-Sonderbonbons in Zarude gesteckt, ich wollte eins auf Level 50 ziehen, egal wie gut das ist, ich hab alles reingesteckt, ich hab's nicht gepusht, ich wollte es dann mal in einem speziellen Video pushen und was ist passiert? Der Account war weg, ich habe das Zarude nie gepusht, es war alles eine sehr traurige Angelegenheit, jetzt kriegt der hier ein Zarude, was bestimmt besser ist als das Zarude, was ich hab, aber guckt euch das Ding an, 16, 32, wir werden es natürlich jetzt mit silbernen Bären fangen, was erstmal total dumm wirkt, weil ihr denkt, das kann eh nicht fliehen, warum silberne? Wenn du mehr Bären willst, nimm doch eine gelbe, dann hast du doch mehr Bären, aber ich nehme die silberne, weil die silberne ja nochmal mehr Bären gibt, als die gelbe und deswegen, ich möchte gleich viele Bonbons, die maximalen Bonbons, die man jetzt gerade hier kriegen kann, erstmal rausholen. Habe jetzt hier meinen Pogedex-Eintrag, guck dir das Ding an, da ist es, wir müssen es noch bewerten, wir haben auch gleich 4 XL bekommen, wir können das hier sogar jetzt in den Showcase reinsetzen, aber nehme ich mir auf, Unlicht Pflanze, ich finde das Ding mega genial, mega stark, wir bewerten es und es ist ein 93er, es hat 3 Sterne, 15 Angriff, das ist genial, es hat 13 Verteidigung und 14 KP, wenn ein Strich fehlen würde, insgesamt wäre es ja ein 98er, bei 2 Strichen die fehlen, es ist ein 96er, bei 3 Strichen die fehlen, es ist ein 93er, es fehlen 3 Striche, also es ist ein 93er Zarude, das ist fett, dann guckt euch das an, das Teil würde auf 4306 WP kommen und was habe ich gesagt, es ist bestimmt viel besser als das vom Main Account und ja, es ist viel besser als das vom Main Account, denn der hatte nicht so ein gutes, braucht fast 500.000 Staub, 268 Bonbons und 296 XL. Ich bin zwar gerade dabei, meine Bonbons in Groudon zu investieren, aber ich glaube alle XL, Sonderbonbons, werde ich jetzt hier reinpacken und wenn ich mit Groudon fertig bin, noch 40, werde ich den hier versuchen auf Level 40 zu ziehen. Das Ding ist cool und weil der von Borki ist, heißt ja natürlich dann jetzt auch Borki, 2507, so, 2507. Vielleicht hat er das auch deswegen gemacht, dass er jetzt ein feststes Pokémon bei mir im Beutel hat, denn ich mache ja immer mein Buddy, mein Buddy benenne ich immer nach dem letzten Ticketgeber, aber Pokémon, wie beim Dulli-Squad in der Forschung, gab es ein 100er Flaniwal, also habe ich mein 100er Flaniwal auch Dulli-Squad genannt, der heißt dann einfach immer so. Und das ist jetzt der feste Borki, 2507. Wie sieht es bei euch aus? Habt ihr schon ein Zarude? Habt ihr ein Zarude? Habt ihr zwei Zarude? Wie gut ist euer Zarude? Schreibt es in die Kommentare. Danke, Borki. Das jetzt mal ein bisschen anders, normalerweise ja vor Ort immer und noch ein bisschen Vlogging-mäßig und immer noch irgendwas machen. Habe ich in letzter Zeit viel gemacht, alles gemacht. Das ging jetzt nicht anders, das seht ihr jetzt so und ich hoffe trotzdem, das hat gepasst. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Peace out Vorhaut, euer Ramses. Ciao.